Hallo Leute herzlichen Willkommen für eine neue Folge Ah das ist ja cool Oh meine Freunde Oh das stelle ich aus dass es nicht wird Oh sie sind ja angekommen Sie können sich schon anfangen Hinweisungen Die Tiere machen was Ich muss dafür was einstellen Ich muss nix machen Passiv Passiv bedeutet dass die Tiere nix machen Okay 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 Das ist die Wahrheit. hier alles tolles nach und mehr Nein, das war nicht so. Ich werde das gleich in der Videobeschreibst. Ich werde das kurz vor. Das ist okay. so das wollen wir auch gleich mit aufrunde, sorry wenn ihr meine temperatur sein solltet den hab ich nicht wahrscheinlich müssten wir das gleich wieder abreißen wahrscheinlich aber ich ach so und so stelle ich dann das her und das stelle ich dann hier oben her wir machen ohne Mutz und vieles mehr freundlich nee, 10, 11 kann man machen du brauchst 20 Stück Eisenstank und 10 Eisenplatten das stelle ich ein bisschen maschinell, also das wir über Denks herstellen, über 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 die Sachen halt ja ich weiß nicht wie es heißt gerade aber ich so wüsste kann ich so nichts mehr sagen ach so oh oh ich hab jetzt alles verpasst shit Freunde, wenn wir 10 Likes haben, dann spiele ich mit den lieben Michael ja 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 ach so ach so das ist auch hier ist dann 13 13 ging wenn warte freundlich ich drücke e sk und da wird es dann macht das schon laut aber ich nehme ich stehe die freine da kann ich das entfernen nur das hab kann ich nicht so oder 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 warum kann ich Produktion schon herstellen schmelzt es auch ich kann und da kommt dann das um ein ich erst mal eh machen es gibt zwischenzeit und und naja bei 10 Likes spiele ich dann mit Micha dann brauche ich wahrscheinlich 50 stück oder 60 ich hole ich mal lieber 60 stück 20 mh da kann das richtig naja ich kenne mich damit nicht aus freunderspiel also ich bin neuling aber ich glaube ich kenne das wie ein bisschen weil ich es mal gesehen hatte davon also ein trailer oder auch schon so alles erklärt wie ist das hier mit ananas kratus oder was auch immer wenn das bald alles hier ohne Ende mehr eröffnet hab die wüste ausgewählt gehabt? ne habe ich das drin oder die wüste? habe ich da auch nicht mehr los ne warte da mache ich hier das drin ein dafür brauche ich jetzt die kupfer 192 Meter was haben wir dreimal können wir gleich alles hier mitnehmen was hier ist arbeiten so es gibt phasen und versagt hier ist das nicht neu nur halt läuft aber wenn ich das hier fast acht hat dann wird das neue wahrscheinlich um sie werden oder ich brauche erstmal bbs oder noch mal kaufen kaufen haben wir noch 45 ja hier war nix da wenn ich dann jetzt hier jetzt euch richtig viele sachen jetzt kommt man Nein, nicht Kupfer. Warum komme ich auf Kupfer? Nein, egal. Eisenklapp und Holz. 10 Stück. Nein, 75. Kabel? Kabel kann ich nur herstellen. Das ist ja easy. Das ist ja easy, easy. Easy peasy. Freunde. Wird viel Emmer jetzt sagen. Nein, das wird nicht reichen zu 10. Das schließen wir schon mal ab mit Klauen. Also mir fehlt Eisen. Was fehlt noch? Beton. Beton muss ich ja mal scannen. Ich halte auch nicht so weit. Oh nein. Das ist ja doch nicht. Aber halt nicht so weit. Echt nicht 500 Meter. Ich hatte Kupfer den Tausen Meter drin. Ich dachte, das ist immer weit los. Das ist die Witte. Schön, war das? Nett. Das war nett schön. Wir können noch mal gucken, ob ihr noch eins findet. Das ist leider auch nicht. Mh. Boah. Ach. Ich... Ja, ich... Der speichert wahrscheinlich hier. Kein Problem. bald. Behind us. Peter Spress. Nein. Vierannen ja nicht. Ja, das war einfach da. Vielen Dank. drop. Dann kriegend man schlicht und unterπει richtig. Das ist ja schwerer. 165 reich zucker da hinten ist auch reichen auch dreimal aber das brauchen wir ja vielleicht drei mobilen meiner ich will jetzt 100 haben wir gleich einmal hier sind ja kann ich dann wahrscheinlich wird das nicht gehen hat wenn das gehen wir mit abbauen aber wahrscheinlich das war nicht wir müssen da verschiedene fahrs und dann ich habe ja so richtig abgemessen 169, oh, überhaupt, aber ich brauche ja eh nur zehn, äh, die sind immer schwierig, die brauche ich 75, wenn ihr Tipps habt, schreibt es bitte in die Kommentare, Freunde. Ja, bitte. Oh, das Mikrofon muss ausbreiten. Ja, äh, 75, minus, hier sind noch eins, und ich bin zu 60, oh, komm. Woll ich mich davor hassen? Ist ja nicht in den Ernst, oder so, äh, nee. Oh, mir fehlt noch ein bisschen. Ja, das wären 72, 72, 75, auch zwei immer mal. Ja, genau, das. Ja, 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 ja. Oh, hab ich dich, ach so, der macht Nummer zwei hoch. Hoppala. Er ist viel Strom. Oh, es. Man denkt immer, hm, hm, schade, ist man alleine oder ist man nicht alleine? Na, und du kommst zum Roboter, der mit euch redet meistens mal, ab und zu mal. Also 63, warte, n, 63 plus 63 sind 126. Okay, warum würde ich jetzt brauchen? Naja, wer lasst uns sowohl fahren? Kann ich was abonniert, gerne mich, meine, lasst euch noch da. Also ja, mit Micha Spieler. Ja, ich hab's gesagt, 120, bei 63 dann 10. Das ist ein paar DM. Um genau zu kstrafen. putting ein, das ist ein paar DM. Ja, damit ich jetzt, wenn ich jetzt nicht drangeiste, oh nein 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 aber trotzdem noch was ja 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 da kann man doch gleich alles dahin und das da nutzen die freunde da kommt auch mobile miner da kommen dann mobile miner botrat beton platz beton eisen naja jetzt dürfen wir erstmal 15 minuten warten und mein handy sagt vielleicht ich hoffe ich hoffe man nimmt wie gesagt doch nicht das das ist das ist das ist das 15 75 eisen herz kann ich auch herstellen können die und elektrosnacken genau mal gucken wie viele 24 minuten also das würde ich ja nicht hoffen sorry also sorry aber ich mein es ja nur gut mal gucken mal gucken mal gucken das wir bekommen wie viel warum rein ruft sie ach egal egal ja ich werde mich an tun aber aber ich muss es bald machen wenn ich besser ausgerüstet bin dann dann können wir ja machen mal gucken mal gucken mal gucken sorry handy wir werden auch mit ets 2 mit lenker fahren wenn das geht dann aber ich kann es euch nicht versprechen freunde entweder in live oder in aufnahme das video braucht dann auch noch mal ein paar minuten bis zum hochladen ich hoffe auch an wie lange das ist wie viel eine stunde naja wurde ewig wir stellen mobile meiner dann her werden wir auch machen einmal eisenbaum einmal als ein platte von jeder sache viermal also 1 2 3 4 1 2 3 4 dann haben wir acht wie kraft wie karten wie beton wie verstärkte eisenplatte naja wie es euch geht was ihr euch so noch machen wird er macht ja ach schade ich wusste ich bin abgebunden Abgrüßt 6 Mobile Miner? Verstärkte Eisenplatten? Achso, ich muss erstmal die E-Zerfte Werkbank. Ne, ne warte, was ist das? Ausrüstung. Einen Platte 6 und 30 Stange 4. So. Wir machen nochmal Eisenform. Ja. Ich brauche wahrscheinlich 20, 30 Stück oder so. noch mal 20 ja und dann sind wir weit dass wir endlich mal warten freunde eisenplatte 6 naja Freunde, das machen wir jetzt nächste Folge fertig, jetzt ab 6 Upgraden, Freunde das war es jetzt mit diesem Video, lasst ein Like und ein Abo da, und ich hatte euch die erste Folge von Satisfaction gefallen, wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da, tschüss.